Wie gut ist das Consors Bank Giro Konto? Ist es kostenlos und welche Vorteile und Nachteile hat es? Und worauf sollte man achten? Wir stellen dir das Consors Bank Konto im Detail vor. Am Ende des Videos erfährst du, ob das Konto das Beste für dich ist und welche Alternative besser sein könnte. Bleib also bis zum Schluss dran. Hallo und herzlich Willkommen bei Geldrat. Wenn dir das Video gefällt, dann lass gerne einen Daumen hoch da, damit hilfst du dem Kanal sehr. Die Consors Bank gehört zur französischen Bankengruppe BNP Paribas und ist in Deutschland vor allem durch die Wertpapierdepot bekannt. Sie bietet daneben aber auch ein durchaus interessantes Girokonto. Was das kann und was nicht, das zeigen wir dir jetzt. Die 10 Vorteile beim Consors Bank Girokonto Vorteil Nummer 1. Es kann ohne Kontoführungsgebühren geführt werden. Die Kontoführung ist kostenlos, wenn du eine von zwei Bedingungen erfüllen kannst. Du musst entweder unter 28 Jahre alt sein oder einen monatlichen Mindestgeldergang von 700 Euro sicherstellen. Beim Geldeingang muss es sich nicht um ein Gehalt oder ähnliches handeln. Kannst du keine der beiden Bedingungen erfüllen, fallen monatlich 4 Euro an Kontoführungsgebühren an. Vorteil Nummer 2. Es ist eine kostenlose Visakarte inklusive. Im Kontopaket ist eine kostenlose Visakarte enthalten. Das heißt, es fällt keine Jahresgebühr an. Der Vorteil von Visakarten ist, dass sie weltweit akzeptiert werden. Allerdings handelt es sich, wie bei praktisch allen kostenlosen, zu einem Girokonto ausgegebenen Visakarten, nicht um eine echte Kreditkarte, sondern um eine Debitkarte. Dies kann zu Einschränkungen in der Akzeptanz bei Mietwagenunternehmen führen. Wie du das vermeidest, zeigen wir dir später im Video. Vorteil Nummer 3. Du kannst in der Eurozone kostenlos Geld abheben. Sowohl in Deutschland als auch in der Eurozone kannst du mit der Visakarte an jedem Geldautomaten mit Visa-Zeichen kostenlos Geld abheben. Dadurch hast du eine extrem gute Abdeckung, denn damit kannst du etwa 97% aller Automaten gratis nutzen. So musst du nicht mehr nach den Automaten einer bestimmten Bank suchen. In Deutschland kannst du außerdem bis zu 200 Euro bei über 9000 Supermärkten wie Rewe, Penny, Netto und Aldi Süd auszahlen lassen. Außerhalb der Eurozone fallen beim Geld abheben Fremdwährungsgebühren an. Wie hoch die sind und wie du sie vermeiden kannst, dazu kommen wir gleich. Vorteil Nummer 4. Kostenlos bargeldlos bezahlen in der Eurozone. Auch bargeldlose Kartenzahlungen sind innerhalb der Eurozone gratis. Außerhalb des Euro-Raumes fallen Gebühren an, die sich wie beim Geld abheben ebenfalls vermeiden lassen. Auch dazu gleich mehr. Eine Ausnahme gilt für Wettbüros, Casinos und Lotteriegesellschaften, bei denen eine Gebühr in Höhe von 2,5% anfällt. Vorteil Nummer 5. 50 Euro Startguthaben. Aktuell gibt es für Neukunden eine Willkommensprämie in Höhe von 50 Euro. Alles, was du dafür tun musst, ist nach der Kontoeröffnung innerhalb von 6 Monaten für 3 Monate einen monatlichen Geldeingang von mindestens 700 Euro von einem Fremdkonto sicherzustellen. Startguthabenaktionen können sich ändern. Ob es die 50 Euro noch gibt, wenn du das Video siehst, erfährst du unter dem Link in der Beschreibung. Vorteil Nummer 6. Bargeldeinzahlungen sind möglich. Bargeldeinzahlungen sind in den Filialen der Reisebank möglich. Allerdings sind diese nicht kostenlos. Je angefangene 5.000 Euro werden 7,50 Euro an Gebühren berechnet. Vorteil Nummer 7. Der Dispozins ist günstig. Der Dispozins liegt beim Konsorsbank Girokonto bei einem mit 7,75% noch recht günstigen effektiven Jahreszins. Das gilt auch für Beträge, die über den eingeräumten Dispo-Rahmen hinausgehen. Vorteil Nummer 8. Kontaktlose Kartenzahlungen sind möglich. Die Visa-Karte enthält einen NFC-Chip, sodass du auch kontaktlos damit bezahlen kannst. Einfach die Karte vor das Terminal halten und Beträge bis 50 Euro werden einfach abgebucht ohne PIN oder Unterschrift. Vorteil Nummer 9. Kontaktlos bezahlen mit dem Smartphone. Auch mobiles Bezahlen ist kontaktlos möglich. Mit dem Konsorsbank-Konto kannst du sowohl ein iPhone mit Apple Pay als auch ein Android-Smartphone mit Google Pay dafür nutzen. Beim Bezahlen mit dem Smartphone ist auch bei Beträgen über 50 Euro keine Unterschrift oder eine Eingabe eines PINs nötig. Vorteil Nummer 10. Online-Konto-Wechsel-Service inklusive. Die Konsorsbank bietet einen Online-Konto-Wechsel-Service, mit dem du auf Wunsch automatisiert dein Girokonto wechseln kannst. Dabei informiert die Konsorsbank sämtliche Zahlungspartner automatisch, ohne dass du Briefe schreiben musst. Der Konto-Wechsel-Service ist kostenlos. Die 4 Nachteile des Konsorsbank-Girokontos. Mit dem Konsorsbank-Girokonto bekommst du recht gute Konditionen. Aber es gibt natürlich auch hier Nachteile. Nachteil Nummer 1. Die Kontoführung ist nicht bedingungslos kostenlos. Wie bereits gesagt ist die Kontoführung nur kostenlos, wenn du unter 28 Jahre alt bist oder wenn ein monatlicher Geldeingang von mindestens 700 Euro sichergestellt werden kann. Andernfalls werden monatlich 4 Euro an Kontoführungsgebühren berechnet. Nachteil Nummer 2. Die Visakarte ist keine echte Kreditkarte. Mit dem Konto erhältst du eine Visa-Debitkarte. Zahlungen werden nicht gesammelt und einmal im Monat abgerechnet, sondern einen bis zwei Tage später vom Konto abgebucht. Bei Autovermietungen kann es mit Debitkarten zu Problemen kommen. Einige akzeptieren nur echte Kreditkarten. Eine kontounabhängige, echte Kreditkarte, mit der sich das Konsorsbank-Girokonto perfekt ergänzen lässt und die einige Nachteile des Kontos gebührenfrei ausgleicht, stellen wir dir gleich vor. Nachteil Nummer 3. Es ist keine Girokarte kostenlos enthalten. Eine Girokarte ist zwar auf Wunsch erhältlich, kostet aber 1 Euro pro Monat. Mit der Visakarte bist du, gerade wegen der Möglichkeit, jeden Visa-Automaten zu nutzen, sehr flexibel. Beim Bezahlen in kleineren Geschäften in Deutschland kann es jedoch zu Problemen kommen. In diesen Geschäften bleibt dir ohne die Girokarte nur die Barzahlung. Nachteil Nummer 4. Es fallen Fremdwährungsgebühren an. Sowohl beim Geldabheben als auch bei Kartenzahlungen fallen in anderen Währungen als dem Euro 2,1% Fremdwährungsgebühren an. Diese Gebühren lassen sich leicht vermeiden. Wie? Das erfährst du gleich. Die Vorteile und Nachteile des Konsorsbank-Girokontos noch einmal kurz zusammengefasst. Die Vorteile. Es kann ohne Kontoführungsgebühren geführt werden. Es ist eine kostenlose Visakarte inklusive. Du kannst in der Eurozone kostenlos Geld abheben. Du kannst kostenlos bargeldlos bezahlen in der Eurozone. 50 Euro Startguthaben. Bargeldeinzahlungen sind möglich. Der Dispo-Zins ist günstig. Kontaktlose Zahlungen sind möglich. Mobiles Bezahlen ist möglich. Und ein Online-Konto-Wechsel-Service ist inklusive. Die Nachteile. Die Kontoführung ist nicht bedingungslos kostenlos. Die Visakarte ist keine echte Kreditkarte. Die Girokarte kostet extra. Und es fallen Fremdwährungsgebühren an. Lohnt sich das Konsorsbank-Girokonto? Das Konsorsbank-Konto bietet dir gute Konditionen. Die Kopplung von 700 Euro monatlichem Mindestgeldergang oder ein Höchstalter an die kostenlose Kontoführung ist mittlerweile weit verbreitet. Die Möglichkeit an jedem Geldautomaten in Deutschland und der Eurozone kostenlos Geld abzuheben ist besonders praktisch. Reist du allerdings öfter in Länder, die nicht den Euro als Landeswährung haben, benötigst du zur Ergänzung eine Reisekreditkarte. Unser Tipp, die Barclay Card Visa. Bei ihr fallen keine Jahresgebühren an, es wird kein Mindestumsatz gefordert und du kannst mit ihr weltweit kostenlos Geld abheben und bargeldlos bezahlen. Es handelt sich um eine echte Kreditkarte, sodass du mit ihr auch bei Autovermietungen nicht mit Problemen rechnen musst. Achte nur darauf, die Rückzahlungen auf 100% umzustellen, sodass der Saldo aus der Kreditkartenabrechnung jeden Monat komplett abgebucht wird. So zahlst du keine Zinsen. Einen Link zur Barclay Card Visa-Karte findest du unter dem Video. Alternativen zum Konsorsbank-Konto Eine interessante Alternative ist das Konto der DKB, das du auch ohne einen monatlichen Mindestgeldergang kostenlos führen kannst. Wenn du allerdings einen monatlichen Geldergang von mindestens 700 Euro sicherstellen kannst, erhältst du den Aktivkundenstatus. Der erlaubt dir kostenlose Geldabhebungen und Kartenzahlungen weltweit. Es fallen keine Fremdwährungsgebühren an. Ohne den Mindesteingang ist die Kontoführung trotzdem kostenlos. Allerdings werden deine Fremdwährungsgebühren in Höhe von 2,1% berechnet. Diese kannst du aber, wie auch bei der Konsorsbank, ganz einfach vermeiden. Wie auch beim Konsorsbank-Girokonto kannst du das Konto mit der Barclay Card Visa ergänzen. Wie gesagt fallen bei der Kreditkarte keine Jahresgebühren an und du erhältst ein zinsloses Zahlungsziel von bis zu 8 Wochen. Bargeldabhebungen und Kartenzahlungen sind weltweit kostenlos. Es fallen keine Auslandseinsatz- oder Fremdwährungsgebühren an. Alle Konten und die Barclay Card Kreditkarte verlinken wir dir unten in der Beschreibung. Wenn dir das Video zum Konsorsbank-Girokonto gefallen hat, dann würden wir uns sehr über einen Like von dir freuen. Du hast noch Fragen zum Konto oder Anregungen für neue Videos, dann schreib uns gern in den Kommentaren. Hier findest du unsere Playlist mit weiteren interessanten Videos zu Girokonten. Und hier ein Video, das dich auch interessieren könnte. Wenn dich das Thema Geld interessiert, dann abonniere den Kanal und klicke die Glocke. So verpasst du kein neues Video mehr. Abonnieren ist selbstverständlich kostenlos. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.